Gornio. Ausgerechnet am 15. Geburtstag musste es sein, was ihre Eltern wohl für sie geplant hatten. Gornio. Ich muss aufpassen. Gornio. 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 Keine schlechte Ausbeute. Es ist immer gut, wenn das Volk auf unserer Seite ist. Es ist schon wieder! Verleckt! Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Los! Untertitelung des ZDF, 2020